Guten Tag, malz und hallo, hier ist der Silencer, wir haben irgendwie 3 Uhr nachts oder so, keine Ahnung. Freak ist besoffen, Sebi ist besoffen, Tautor sagt immer Anne, der Spanier, weiß nicht, ist der betrunken, keine Ahnung. Noch nicht, Anne! Ja, beide dran. Abschluss bestätigt. Boah, wo was ist denn der? Das ist ein Friday-Night-Game, wie man es geht, ne? Das ist geil, dass alle den Josh nur darunter den Spanier kennen, ja? Der Spanier! Ey, aber ganz ehrlich, meine Kollegen sind so, die ich ja so im Re-Life kenne. Ich bin bei allem nur der Spanier. Du bist Spanier, ey? Du hast ein Re-Life? Boah, ich kuck hier so ab, ey. Kannst nichts. Ich habe gerade einen halben Herzinfarkt bekommen. Oh, das ist der Silencer hier, guckt euch mal die Silencer an. Ey, Silo, hier, Flash. Viel Spaß! Ach, scheiße, ist ja kein Team-Ding hier. Da war doch einer. Oh, ich bin der Retter. Aber meine Musik aus, das gefällt mir grad gar nicht. Was geht denn hier? Ich habe den hier noch gemessen, aber was geht denn? Ich könnte kotzen bei sowas, echt. Weiß nicht, ich will eine Granate werfen, dann taugt hier der Jet auf. Der Jet, der Jet, der Jet. BAMS! Doppelkill hier! Der Jamali ist übrigens auch noch hier mit uns. Ja, Jamali kümmelt die ganze Zeit da rum, dann lacht sich einen kaputt. Aber warum ist er so schlecht? Junge, der ist doch eigentlich voll der Überprobe. Es ist 2 Uhr morgens, da wartest du da. Ey, was ist denn mal denn los, man? Alter, es gab mal eine Zeit über 2 Uhr morgens so meine Zeit. Da habe ich die Scheiße gerockt, weil halt dann die ganzen Noobs online waren. Ich weiß nicht, die Ami sondern. Tautor geht ab hier. Und da kommt der Tautor endlich raus, ne? Ich werde dafür, wir spielen. Ey, und dann hinziehen, verfickt der Wichser um Dachhub. Hey, nein! Anne, wir grüßen mal die Anne. Der muss hier noch nicht die Grüße machen. Schon wieder die Anne, die Anne ist ja super. Gründlich zielen, dann Dresdach. Aber trotzdem. Die haben in den letzten 20 Videos so oft gerüßt, also die Platz sehr bald. Ey, die Leute denken am Schluss bestimmt auch das ist voll geil. Ey, was geht denn bei denen hier? Keine Ahnung, die ist voll Fame oder so. Wer ist hier? Ja, wo gibt's denn sowas? Wer macht das denn? Ich habe gerade einen halben Herzinfarkt bekommen. Ich hasse dieses Scheißspiel. Na, oder? Was sagt, was sagt die Männer? Anne! Warum ist denn hier das Licht aus? Anne! Ah, ist hier! Wo gibst du denn in welchen Games? Ich spiel grad 4-3. Ah, 4-3! Okay, 4-3! Hä? Ich will nicht weiter, ich will echt nicht weiter. Na, klasse. Loops. Möpse! Ich seh Möpse! Jawoll! Na komm, ich habe Ihre Waffe, bitte. Gern geschehen. Hasta la vista, Baby! Goll! Mein Kill war der Dicke! Du letzter Kill! Ich bin so gut! So, ich guck mal kurz auf den Kasten. 14-7! Guckt euch das an! Guck mal, Silencer! Boah, und? Und pass auf! Wo ist er? Der geht nur auf! Der war halbwegs nüchtern! Der hat einfach nur drauf gehalten! Bämms! Alter, ich bin so ewig! Wo schreibst! Die Aufnahme hier werden immer viel voller. Wo ist denn mein Bier? Ja! Ja! Anna! Das sag mal die Anna in Ruhe! Ich weiß nicht, gell, aber das Kölsch ist, hat aber nicht den gleichen Effekt auf mich wie, äh... Ja, sag ich mir heute Wasser! Wenn ich jetzt noch mehr Wasser trinken würde! Ne, 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 ne! Was ist das denn da weg, oder was? Ne, Kölsch schmeckt wie Wasser, knallt aber wie ein Englisches. So knallt das? Das hat genau so viele Umdrehungen wie deine Penners Pissblubber da, diese oder so. Ne, 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 du machst noch mehr so! Ja, ich weiß, aber im nächsten Part, da sehen die Leute ja dann danach! Wie danach? Da, weißt du, wir machen einfach weiter, wir zeigen euch die komplette Lobby! Hier, mit Scheiße labern und allem rum und dran, ey, was sondert! Alle! Mit alle! Alle! Ja! 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 Das haben wir die Anne in Ruhe, ey! Mein Gott! Alle! Alle! Pass auf, machen wir mal was anderes! Was da ist? Grüße einfach mal, grüße einfach mal meine Frau, die Jessie! Die Tee! Meine Frau, die Frau! Jessie! Ja! Genau so muss ich mich mal! Heißt sie Jessie oder Jessica? Jessica! Ist halt aber... Jessica! Jessica! Jetzt kann man besser schreien! Jessica! Aaaaaaahhhh! Haaaah! Ich glaube mal, wenn du voller in dem Tee hast, dann bleibst du die schon besser, ich kenn das aus der Erfahrung! Leute, 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 ne, wenn ihr hier zuhört, das ist halt unser Friday Night Gaming, genau so geht's hier ab! Wenn ihr mal dabei sein wollt, müsst ihr erstmal als Aufnahmeritual oder als Aufnahmevoraussetzung Voraussetzung, müsst ihr erstmal Alkohol trinken, dann müsst ihr natürlich, ah, dahinten, dahinten hätten, müsst ihr natürlich, äh, auch so generell erwachsenenmäßig am Start sein. Ah! Und ja, und dann müsst ihr halt hier die Games zocken, Black Ops 2, Chivalry und sowas, aber gut, ich schalte mal wieder den Test, Roy! Ihr Pimmel! Ihr seid alles im Himmel! Die letzte Woche meine Frau, die hat mich auch voll zu lange gemacht, weil ich so laut war. Bist du behindert oder so? Was? Er hört sich an, wie der da von, 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 von Borderlands. Ey, das hasst dich ja so an, das hasst dich ja so an Black Ops, ne? Ich schieße auf einmal, auf einmal dreht er sich um und messert mich, einfach so, weil er so 2 Kilometer Range hat mit seinem scheiß Messer, ey. Amen! Ey, dieser scheiß Dropshotter, Alter, ne? Soll ich auch damit anfangen, wenn du willst? Mal hab ich gedacht. Freako, ich bin hinter dir, was geht denn bei dir? Pass auf, hier, das hier. Hinlegen und schießen. Weißt du? Ich könnte kotzen, ey. Oh, oh, oh! Wo, 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 wo? Na, leg, pass auf! Da kam der tatsächlich, Alter! Annen! Oh, hinter dem Auto? Jessica! Schöne Grüße! Hallo, ich hab' gescheit, ich verpissen mich hier gerade aus dem TS-S-S-S-O. Ach was? Halt, halt, ganz kurz, Zeit, Zeit, Zeit! Wo wir grad'ne Aufnahme sind, du wolltest doch meinen kompletten Namen sagen. Boah! Josh! Der Wicht, der Wicht, der Wicht, der Wicht! Josh Garcia, irgendwas mit Garcia noch. George Miguel Garcia! Nein. Ne, der soll uns das selber sagen, dann hört sich wegen des Original an. Dann hört sich Spanisch an. Ja, da ist einer. Komm, alles. Josué, 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 Miguel Garcia. Er soll das sagen. Er soll das sagen. Sag doch! Ja, aber ich muss mir in einer Aufnahme zu reden. Also mein gew handheld Name ist Joshوي, Jorge, Miguel Garcia. George! Sag doch! Ja, da läuft auch immer ein Hochhaal gegen die Schuhe rum, da willst du es mich zugeben. Nein! Drama, Baby! Drama! Drama! so ist aber genug für heute das ist die erste Reaktion von meiner Frau war wegen dem Namen oh, das ist süß du bist ganz glücklich, ich hab mal eine kennengelernt, die meinte zu mir, sie würde mich nur wegen meinem Namen heiraten oh wie viel liegt muss man uns denn? Zeig ich für eine KD 1 zu 6, was geht denn hier? sind nur Penner hier auf dem Server das finde ich schön, dass ich wieder verabschiede Penner Penner Pissnelke naja, und leise, äh ne, zum Update sag ich leise Anu! ich schwung überhaupt ey, ich spawne, da kommt so ein nein, komm kannst du das schwung, ein Kind in der Aufnahme sagen? ja, warum müssen wir denn hier alles kommen? das ist einer in diesem Hangar wir hatten jetzt das Ding, das kommt vom Hangar die Seiten von, 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 von Siler warte, 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 warte so und ein Hagel vom Kopf ist mit auf die Schnieder Hagel tut mir leid um Spaceballs zu dir und durchführen hemmen die Wüste oh Spaceballs ist so geil durchkämmt die Wüste Boah Spaceballs ist so oldschool geil, richtig geile es gibt nur einen, den muss man noch in der DVD-Sammlung haben Marmelade zuzugreißern Lone Star ihr sollt die Wüste durchkämmen ausgestattet wir haben eine größere das ist mir scheißegal die Körner Arschloch, ne? wer ist noch Arschloch? ich hab's gewusst, ich bin von Arschloch gelobt zack nein, wow, ich hab Glück gerade, der beste Freund des Menschen war schon wieder ey, das ist ein 10km Messer wenn wir uns Filme rauskommen, hat er die deutsche Syncone oder eine eigene österreichische Syncone? ähm, deutsche was war was das Problem ist, der Team der Flieger ja, ey, wir verstehen doch auch deutsch weiter, 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 weiter ist so? Woll! Besser meine KD auf Anne, ich verkackst so sehr wie ganz so, dass er mit dem Test auch noch nicht die sind direkt Sklaven wie Klanspieler hier die ganze Zeit die Anne wird unsere IPs raussuchen und uns einfach mal so verprügeln, ne? mit unseren IPs weißt du, scheißegal was wir beide für Kampfausbildung haben, aber Anne wird einfach freikommen und bam sie wird die, sie wird die IPs auf einem Blatt draufdrucken und uns mit den Blättern erschlagen wahrscheinlich die holt sich ne Kopfselt nach wir werden Alter, diese Esmine was ich nicht verstehe ist, die wohnt doch ein, äh, ja du weißt, dass die Aufnahme immer noch läuft überleg dir genau, was du sagst ja, ich weiß schon wie kommt jemand, der im Osten wohnt auf Schalke ich weiß es nicht es hat aber auch für mich eigentlich mehr Wert, als wenn jemand in der Stadt wohnt und dann der Fan ist es gibt so viele Vereine, warum Schalke? das weiß ich nicht besser als Bayern-Fan, alles ist besser als Bayern ja, ja da kann ich so zustimmen das ist so weißt du, sogar ich als, äh das stimmt und ich sehe jetzt schon, wie wir jetzt, äh, so 50 Abonnenten verlieren, ja also ich stehe dann wieder bei 0 da nein nur mit der Aussage ich komm einfach nicht auf ne positive AD, ey, ich kotze mich an, ey sag mal, hast du, hast du eigentlich ein, äh, 50er Abonnenten Special gemacht? äh, nö oder erst ab 100 ja ich weiß nicht, ich glaub auch noch niemals ab 100 weiß ich nicht wir haben nicht erreicht zurück zur Basis ey, wir haben von euch die Riedelung gut zu sein, schau ey, 17, ey, naja egal, gut, war schön, toll sag tschüss tschüss Anne! Anne! Macht gut Jungs, tschau tschau Anne und Gott und die Welt